Rami Benzebaini wechselt die Borussia, sein Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft ja aus und er wechselt nun eben zur Borussia aus Dortmund, wo er den Kaderplatz von Rafael Guerrero einnehmen wird, dessen Vertrag halt ebenfalls auslaufen wird im Sommer. Mein erster Eindruck des Transfers war ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht, ich dachte schon, dass das relativ gut zum Kader passt und dass das auf jeden Fall ein guter Transfer, ablösefrei ist für die Linksverteidigung, allerdings habe ich mich jetzt dann doch mal näher damit auseinandergesetzt und bin jetzt doch eher negativ gestimmt dem ganzen Gegenüber und werde jetzt in dem Video euch einfach mal so meine Punkte beleuchten, warum ich denke, dass das kein guter Transfer ist. Benzebaini ist was die Expected Assists angeht, also die Qualität der Chancen, die er vorbereitet, der schlechteste Außenverteidiger der aktuellen Bundesliga-Saison, was reine Stammspieler betrifft, also jetzt so Spieler mit ein paar wenigen Einsätzen ausgeklammert und wenn man das mit Rafael Guerrero vergleicht, der ja quasi sein Vorgänger dann sein wird, dann ist es auf jeden Fall ein deutlicher Qualitätsunterschied, denn Guerrero ist in der Statistik eigentlich so mit der Beste, den es gibt auf seiner Position in dieser Liga. Des Weiteren ist der vom Typ Spieler her eher der Vollstrecker wie jetzt der Vorbereiter, das zeigt auch die Statistik bei Gladbach, da hat er in 106 Spielen zwar 24 Tore gemacht, aber eben nur 7 Vorlagen. Klar, da war auch der ein oder andere Elfmeter dabei, aber auch ohne die hätte er deutlich mehr Tore wie Vorlagen geliefert und ich glaube einfach, dass es nicht das, was Dortmund braucht, denn dabei ist er vor allem bei Standards gefährlich und jetzt nicht unbedingt aus dem Spiel heraus. Das bringt uns dann eben auch zum nächsten Punkt, denn dementsprechend behebt er auch nicht das Problem der Breitenbesetzung, das Dortmund ja in der Hinrunde auf jeden Fall hatte. Derzeit hat man das ja vorübergehend mehr oder weniger gelöst mit den Außenverteidigern, mit Ryerson, Wolf und mehr oder weniger auch Guerrero aktuell. Also was heißt es überhaupt genau, nämlich dass man eigentlich immer jemanden braucht, der die Breite besetzt auf den Flügeln und offensiv hat der BVB da halt niemanden außer Beino Giddens, da zum Beispiel ein Adeyemi oder auch ein Malen eher lieber in zentralen Räumen agiert. Benze Baini kann zwar die Breite besetzen, tendiert aber eher dazu in die Mitte zu ziehen, in den Strafraum aufgrund seiner guten Abschlussqualitäten und seiner schwachen Vorbereitungsqualitäten. Zudem ist er im Vergleich zu Guerrero bei Dortmund kaum in das Aufbauspiel eingebunden bei Gladbach, trotz dessen, dass man dort eine Ballbesitzspielweise hat. Da ist es oft so, dass Kornet sich dann links rausfällen lässt und dann so mehr oder weniger den Paar des Linksverteidigers und des linken Achters besetzt im Aufbauspiel, um dann halt eben Benze Baini zu erlauben, dass der ein bisschen höher steht und dann halt eben schon offensiv steht und nicht mehr in das Aufbauspiel eingebunden wird. Und das wird bei Dortmund aktuell anders praktiziert und das wäre auch so ein kleines Fragezeichen, wie man das dann löst. Außerdem hat er jetzt keine überragenden Zweikampfwerte, also man sagt ihm ja auch nach, dass er schon ein defensivsteiger Außenverteidiger ist, je nachdem. Aber seine Werte da sind zwar solide, aber halt nicht überragend und halt relativ auf ähnlichem Niveau von Ryerson und da würde ich mir dann eigentlich doch schon ein bisschen mehr erwarten von einem Spieler seiner Klasse. Was mich dann schon ein bisschen verwundert hat, ist, dass er kein progressiver Spieler ist, weder im Passspiel noch treibt er den Ball selbst nach vorne. Ist auch ein bisschen logisch, wenn er nicht in den Aufbau eingebunden wird. Und er macht aber eben auch nicht sonderlich viele Tiefenläufe, wird selten in die Tiefe geschickt in vorderster Front. Und ja, er ist keiner, der den Ball nach vorne bringt. Wenig progressives Spiel, das ist glaube ich auch noch so ein bisschen ein Problem, weil da hat Dortmund aktuell viele Spieler, die gut darin sind. Klar, die können das dann ein bisschen auffangen, aber ich denke, das wäre trotzdem kein Fehler, wenn er da ein bisschen mehr Beitrag leisten könnte. Des Weiteren hat er statistisch gesehen wirklich sehr wenige schusserzeugende Aktionen und das hat mich wirklich am meisten verwundert. Da hätte ich wirklich viel bessere Statistiken erwartet und somit ist er quasi genau das Gegenteil von dem, was man erwartet. Ich werde darauf auch noch gleich im Fazit ein bisschen näher drauf eingehen, weil da würde ich dann doch eher einen anderen Spielertyp bevorzugen. Dennoch will ich hier natürlich nicht alles schlecht reden. Man muss auch hervorheben, dass er wirklich extrem kopfballstark ist, sowohl defensiv als auch offensiv. Und da würde er auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Präsenz reinbringen wie ein Guerrero. Und auch von der Mentalität her passt er denke ich gut rein in das neue Dortmunder Auftreten aktuell. Das erreicht sich auf jeden Fall für seine Mannschaft. Und das könnte auch so ein Punkt sein, der mich dann wirklich in den statistischen Werten widerlegt. Aber mal schauen wie es am Ende wird, denn wir kommen nun zu meinem Fazit. Zunächst einmal will ich auf jeden Fall, dass er mich hier nicht falsch versteht, denn ich will den Transfer auf jeden Fall nicht grundsätzlich schlecht reden. Aber ich glaube einfach, dass die Erwartungen vieler die falschen sind an ihn. Benze Baini wird den BVB auf jeden Fall in der Breite verstärken und vor allem um eine weitere Facette in der Auswahl der Außenverteidiger bereichern. Dennoch sehe ich ihn nicht als die qualitativ erwartete Top-Lösung, wie es zum Beispiel ein Grimaldo mit seinen Vorbereiterqualitäten gewesen wäre. Da denke ich zum Beispiel, das würde viel besser in die aktuelle Spielweise der Dortmunder passen und das wäre auf jeden Fall eine Lösung gewesen, wo ich eher bevorzugt hätte. Um jetzt aber auf Benze Baini nochmal zurückzukommen, sehe ich zudem, dass er einem Nico Schlotterbeck zum Beispiel viel zu eher ähnelt. Natürlich nicht direkt in der Position, aber in der Art, wie sie spielen. Beide sind groß gewachsen, Linksfuß, trippeln beide gerne den Gegner an und ich glaube, die würden nicht ganz so gut harmonieren wie einen Schlotterbeck mit einem Günder zum Beispiel zu seinen Freiburger Zeiten. Abschließend muss ich einfach nochmal sagen, das Ganze ist natürlich nur meine Prognose. Anhand meines Gefühls und gewisser Statistiken, wie ich denke, dass sich der Transfer entwickeln wird, kann am Ende natürlich ganz anders kommen. Falls ihr eben anderer Meinung seid, lasst es mich auch sehr gerne in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!